Willkommen zu einem Deaktionär-Experten-Interview. Wir blicken auf eine Branche, die in den letzten zwei, drei Wochen verstärkt im Fokus stand. Die Bankenbranche natürlich. An meiner Seite Fabian Stivin. Hallo. Hi Marco. Wir sehen die Deutsche Bank hier hinter uns schon vor genau einer Woche. Da gab es plötzlich Turbulenzen. Man hat schon gedacht, so dieses Bankenbeben ebbt ein bisschen ab und dann gab es hier Neuigkeiten um die Kreditausfallversicherungen. Weiß man mittlerweile, was da genau dahinter steckte, was da passiert ist? Man vermutet tatsächlich, dass Hedgefonds oder andere große Investoren möglicherweise gezielt auf sinkende Kurse spekuliert haben. Die Kreditausfallversicherungen, die Credit Default Swaps, CDS, hatten ja schon während der Finanzkrise vor 15 Jahren eine unrühmliche Rolle gespielt. Wie es der Name schon sagt, Kreditausfallversicherung, ursprünglich dazu gedacht, dass man Positionen, ob jetzt Aktien oder Anleihen von Unternehmen an der Börse absichert als Investor. Vor allem Großinvestoren machen so etwas natürlich. Und schon vor 15 Jahren bei der Bankenkrise wurde das oft auch einfach genutzt, um auffallende Kurse zu setzen, also zur Spekulation. Aktuell ist es eben immer noch nicht ganz klar, was dahinter steckt. Es wird jetzt geprüft von der Finanzaufsicht in Europa, weil dieser Kreditausfallversicherungsmarkt gerade bei Bankaktien relativ illiquide und intransparent ist. Die Deutsche Bank, wir sehen es, ist immer noch sehr angeschlagen, der Kurs. Wir haben hier den Versuch einer Bodenbildung. Aber letztlich wird die Bank scheinbar eben immer noch als das schwächste Glied, nachdem die Credit Suisse jetzt von der UBS übernommen wurde, im europäischen Bankenmarkt angesehen. Obwohl die Sanierung Ende letzten Jahres erfolgreich abgeschlossen wurde. Man hat deutlich höhere Eigenkapitalquoten und auch viel mehr Liquidität als noch in den letzten Jahren und eben vor 15 Jahren wie die gesamte Bankenbranche. Aber die Deutsche Bank ist eben der Kandidat, an den wahrscheinlich nicht nur institutionelle Investoren sofort denken, wenn es um Stress in der Eurozone geht. Die Aktie wurde bei uns ausgestoppt und wir raten jetzt eben auch hier weiterhin an der Seitenlinie zu bleiben, zu beobachten, wie sich die Situation entwickelt. Zum einen der Chart und auch einfach das Sentiment für die Branche. Wir bleiben in Deutschland, im deutschen Bankensektor, schon auf die Commerzbank. Jetzt ist in dieser Woche dann doch so ein bisschen Ruhe um den Bankensektor eingekehrt, zumindest was das große Ganze angeht. Die Commerzbank hat sich auch ein bisschen erholen können wieder vom Tief. Ist es schon wieder ein guter Zeitpunkt für einen Neueinstieg oder sollte man hier abwarten? Also im Aktionärdepot setzen wir noch auf die Aktie, da sind wir auch schon länger dabei. Aber für einen Neueinstieg, denke ich, ist es jetzt noch zu kurz. Also zwar ist die Aktie hier über das 2022er Hoch von 9,51 Euro jetzt gestern drüber gegangen, aber ich würde hier noch abwarten auf eine Verbesserung des Chartbildes. Die Commerzbank ist an sich ja im Investmentbanking gar nicht mehr tätig, im reinen Kreditgeschäft mit Unternehmen und eben auch Sparern. Das heißt, man hat eher eine träge Einlagenbasis. Es ist jetzt nicht zu erwarten wie bei der Silicon Valley Bank beispielsweise, dass es hier einen Run gibt, wie bei den meisten europäischen Banken natürlich nicht. Aber die Commerzbank wurde eben auch in Sippenhaft genommen und das hat eben auch zu den starken Kursverlusten geführt. Aber eben auch hier erst mal abwarten und schauen, ob sich das Sentiment jetzt doch deutlich verbessert oder eben nicht. Ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Wir schauen auf die Deutsche Pfandbriefbank. Die ist jetzt nicht so präsent gewesen in den letzten zwei, drei Wochen. Wie hat die denn gelitten oder nicht gelitten unter dem Bankenbeben? Generell ist man ja im Geschäft mit Gewerbeimmobilien tätig. Man hat jetzt, ich glaube, letztes Jahr auch für Kleinsparer, um sich vor allem günstiger refinanzieren zu können, ein Geschäft mit Einlagen eröffnet. Aber hauptsächlich eben bei Gewerbeimmobilien, Büros, Einkaufszentren, teilweise auch Hotels, vor allem auch Logistikimmobilien. Und dieser Immobilienmarkt an sich profitiert ja eben gar nicht von steigenden Zinsen wie sonst andere Banken. Die Pfandbriefbank eben hier auch nicht, sondern im Gegenteil. Kredite für Immobilienfinanzierungen haben sich ja deutlich verteuert mit der Zinswende seit letztem Jahr. Und darunter leidet auch die Pfandbriefbank. Die Quartalszahlen für das erste Quartal, was ja jetzt endet, werden wahrscheinlich dann doch einen Einbruch zeigen, auch im Neugeschäft wahrscheinlich. Letztes Jahr lief es da doch noch ganz ordentlich. Man ist eben auch stark in den USA und Großbritannien präsent. Und dort gibt es jetzt auch Warnsignale am Immobilienmarkt. Generell war die Pfandbriefbank ja seit Jahren ein stabiler und attraktiver Dividendenzahler. Auch jetzt wird die Dividendenrendite für das laufende Geschäftsjahr, also 2023, bei 8,5 Prozent von den Analysten prognostiziert. Die Aktie war bei uns auch eine laufende Empfehlung, ist jetzt auch ausgestoppt worden, auch nicht mehr im Aktionärdepot. Bei der Pfandbriefbank hat man eben gesehen, was jetzt die Turbulenzen auch durch die Credit Suisse-Pleite ausgelöst haben. Wir hatten ja diese AT1-Nachrang-Anleihen, die bei der Credit Suisse eben jetzt auf Null abgeschrieben wurden von der Aufsicht. Und die Pfandbriefbank hat auch so eine Anleihe ausgegeben. Eigentlich war es so, dass diese Anleihen mindestens fünf Jahre am Markt sein müssen. Eigentlich laufen sie unendlich, aber nach fünf Jahren wurden sie eigentlich von den Banken vom Markt genommen, also zurückgezahlt. Die Pfandbriefbank hat sich bei ihrer Anleihe jetzt dazu entschieden, dass man sie weiterlaufen lässt und den Zins anpasst, nach oben an das Marktniveau. Das zeigt aber eben auch, dass es aktuell sehr schwierig ist, solche Anleihen neu zu begeben, wahrscheinlich am Markt. Also hier auch abwarten. Wir sind jetzt knapp unter der 200-Tage-Linie, zuletzt runtergerauscht bei 8,25 Euro. Geht die Aktie hier deutlich darüber hinaus, dann wäre es aus schadtechnischer Sicht natürlich jetzt positiv. Aber das Sentiment hier hat sich eben doch auch deutlich eingedrückt, gerade weil es hier um die Finanzierung von Gewerbeimmobilien geht. Es gab in dieser Woche, oder es fanden in dieser Woche ein paar Wazien statt, unter anderem bei der BNP Paribas. Was ging es da genau? Ja, es geht um den Verdacht der Steuerhinterziehung. Wir haben in Deutschland das Thema ja auch schon seit letztem Jahr mit den CAM-X-Geschichten, wo es letztlich darum geht, dass Dividenden bei der Steuer zweimal zurückerstattet wurden, also dass man fälschlicherweise sich hier eben mehr Steuer zurückerstatten hat lassen, als gezahlt wurde. Anfang des Jahres gab es bei der BNP Paribas bei dieser CAM-X-Geschichte und bei anderen Banken eben auch schon Razzien. Jetzt mit CAM-CAM-Geschäften, das sind ähnliche Konstrukte, wo es auch wieder um Steuerhinterziehung bei Dividenden geht. Die Aktie ist zuletzt auch stark gefallen. Sie ist neben der Deutschen Bank ja auch eine Bank, die stark in Europa im Investmentbanking tätig ist und die Shortquote für die BNP Paribas-Aktie ist auch mit die höchste, eben aktuell in der europäischen Bankenbranche. Also die Deutsche Bank rangiert dort doch eher im Mittelfeld, anders als man jetzt nach der Geschichte von letzter Woche hätte vermuten können. Bei der BNP Paribas hier der Druck größer durch Shorties, aber wenn der Kurs jetzt dann doch etwas nach oben ausbricht und diese sich eindecken müssen, kann es hier wie man sieht eben auch wieder ganz schnell nach oben gehen. Die 200-Tage-Linie bei 52 Euro wurde jetzt auch wieder überschritten. Zudem sollen im laufenden Jahr möglicherweise bis zu 5 Milliarden Euro für den Rückkauf eigener Aktien eingesetzt werden und die Dividendenrendite für das Geschäftszeit 23 beträgt 7,8 Prozent. Also sieht alles eigentlich ganz gut aus. Man weiß aber nicht, was jetzt hier eben noch nachkommt mit den aktuellen Turbulenzen und eben diese rechtlichen Geschichten, die jetzt im Hintergrund ablaufen. Auch diese Aktie, keine Empfehlung aktuell mehr generell, wie für die Gesamtbranche gilt, erstmal abwarten. Wir schauen noch einen kurzen Abstecher in die USA, schauen auf JP Morgan. Die galten ja im allerersten Moment oder in den ersten Tagen vielleicht so als Profiteur der neuen, Anführungsstrichen, Bankenkrise. Jetzt heißt es aber, dass der Einlagensicherungsfonds natürlich ziemlich leer ist oder gefüllt werden muss und da kommt dann wieder JP Morgan ins Spiel. Heißt also hohe Ausgaben, die vielleicht auf die Bank zukommen. Ja, tatsächlich. JP Morgan ist ja die größte Bank in den USA und auch eine der größten Weltweit. Für das abgeschlossene Quartal, was heute ja dann endet, wird Mitte April schon mit den Zahlen gerechnet mit einem Gewinn von knapp 10 Milliarden Dollar. Also daraus könnte man dann wahrscheinlich auch gut jetzt höhere Ausgaben für den Einlagensicherungsfonds bestreiten. Allerdings kommen dann jetzt natürlich wieder mögliche Dividendensteigerungen oder Aktienrückkäufe vielleicht irgendwo unter die Räder. Ich glaube, es waren so knapp 12 Milliarden Dollar, die man im laufenden Jahr in Aussicht gestellt hatte, für Aktienrückkäufe einzusetzen. JP Morgan, wie du schon angesprochen hast, ist eben ein Profiteur dieser Unsicherheit und Angst gewesen, dass Einleger bei Regionalbanken ihr Geld abgezogen haben. Haben es JP Morgan, Bank of America Citigroup, den großen Playern getragen. Und jetzt ist es aber natürlich so, dass, wie du gesagt hast, der Einlagensicherungsfonds wieder aufgefüllt werden muss. Der Staat hat ja schon gesagt, er möchte hier sich jetzt dieses Mal nicht wieder mit Steuermitteln beteiligen. Also die Branche, die Banken selbst sollen jetzt hier eben zur Kasse gebeten werden. Und das trifft natürlich vor allem die Großbanken, wenn man die US-Regionalbanken, die jetzt eh schon unter Druck stehen, nicht noch weiter letztlich drücken möchte. Hier ist es ähnlich. Die Aktie hat jetzt auch die 200-Tage-Linie bei 125,50 Dollar. Tuschiert, dreht wieder nach oben. Aber aktuell ist es eben unsicher, wie viel möglicherweise hier gezahlt werden muss in den Einlagensicherungsfonds. Und die Quartalszahlen kommen eben auch schon in zwei Wochen. Die Aktie ist noch eine laufende Empfehlung. Der Stopp liegt bei 90 Euro. Aber vor einem Neueinstieg sollte man jetzt eben vielleicht auch noch etwas abwarten. Dann schauen wir zuletzt noch auf die UBS. Als wir hier vor zwei Wochen standen, da war die Lage um die Credit Suisse noch ein bisschen ungewiss. Also die Zukunft, wie geht es mit ihr weiter? Muss sie gerettet werden oder nicht? Ein paar Tage später hat die UBS gesagt, ja, wir schließen uns mit ihr zusammen. Und wir übernehmen die Credit Suisse. Wie bewertest du die Geschichte und was bedeutet das? Für den Schweizer Staat war es jetzt natürlich die naheliegendste Alternative. Die UBS ist ja die größte Bank der Schweiz schon vorher gewesen. Die Nummer zwei, die Credit Suisse. Der Schweizer Staat hätte hier richtig in die Vollen gehen müssen, wenn die Credit Suisse verstaatlicht worden wäre. Man hat die UBS scheinbar eben in einer Wochenendaktion dazu gedrängt, die Credit Suisse zu übernehmen. Man hat mit 9 Milliarden Schweizer Franken Risikopuffer für mögliche Derivateverluste bei der Credit Suisse der UBS das schmackhaft gemacht. Und zum anderen gab es eine sehr hohe Liquiditätsspritze der Schweizer Notenbank von über 100 Milliarden Schweizer Franken. Und die andere Sache ist die, dass man jetzt eben auch wettbewerbsrechtlich hier alles einfach durchgewunken hat. Es war eben eine Notfalloperation am Wochenende. Kritiker sagen zu Recht, dass jetzt natürlich eine noch größere Bank entsteht von einem Monster in der Schweiz, weil es eben auch die Rede von manchen Kommentatoren. Die Finanzaufsicht muss jetzt hier eben in Zukunft genauer hinschauen. Bei der Credit Suisse hat sie scheinbar einige Entwicklungen verschlafen. Die Bank war ja schon seit zwei, drei Jahren spätestens in den Schlagzeilen mit verschiedenen Skandalen, Risikomanagementproblemen und so weiter. Für die Credit Suisse ist es natürlich ein sehr günstiger Deal. Man hat für drei Milliarden Schweizer, Entschuldigung, die UBS hat für drei Milliarden Schweizer Franken die Credit Suisse übernehmen können. Hat sich damit sehr viele Kunden in der Vermögensverwaltung dazu gekauft. Auch das Schweizer Retail-Geschäft. Es kann natürlich jetzt sein, dass um diese UBS weniger riskant zu machen, es doch noch zu Auflagen von der Aufsicht kommt, dass das Geschäft abgespalten werden muss, verkauft wird vielleicht an ausländische Banken. In der Schweiz gibt es ja auch andere Banken, die vielleicht das Privatkundengeschäft hätten übernehmen können. Aber kurzfristig sehen wir eben auch, dass die Marktreaktion sehr negativ war auf diese Übernahme, weil der Markt natürlich vor allem auch die Risiken sieht. Es ist eine sehr komplexe Übernahme. Es muss sich in den nächsten Jahren zeigen, wie das funktioniert. Da wäre es eben auch günstig, wenn Teile vielleicht doch verkauft oder abgespalten werden. Die Aktie ist bei uns keine laufende Empfehlung. Zuletzt gab es hier eben ja auch eine sehr hohe Volatilität, wie wir hier sehen. Aber es ist natürlich allemal eine viel bessere Lösung als ein unkontrollierter Zusammenbruch, der wahrscheinlich wieder eine Finanzkrise ausgelöst hätte. Das sind gute Schlussworte für heute. Danke dir für das Banken-Update, Fabian. Gerne. Und danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.